Hey Leute, und willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Und ja, ihr seht schon, The Forest, die Alpha-Version noch, aber ich dachte mir, komm nächstes hierzu. Vielleicht wird's ja ganz lustig. Ich hab wirklich noch nie dieses Spiel gespielt, ich kenne es nur aus Videos. Ja, und deswegen gucken wir jetzt einfach mal rein. So, Loading. Creating Game Instance. Ich bin gespannt, was uns das Spiel gibt. Und ich hoffe, es kommt auch bei euch gut an. Mal so ein, ja, Horror-Simulationsspiel ist das ja die, äh, ist das ja, ähm, hoffe ich, das kommt auch bei euch ganz gut an. Neben dem ganzen Minecraft-Scheiß und Arma. So, Flugzeug. Hallo Sony. Wir gucken einen Film, der mit vier Sternen bewertet ist. von 2008. Und ja. Sonst sitzt natürlich keiner im Flugzeug. Warum auch? Die wissen ja alle, dass es hier abstürzen wird. Oh Gott, da geht's los. Warum auch immer. Ähm, riecht da gerade von unser, ja, unser Rest ab. Vom Flugzeug. Oh Gott. Da kommt der Wald. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach du Scheiße. Hallo, hallo. Wie geht's hier? Kleiner, alles in Ordnung. Wir schaffen das. Autsch. Da bin ich vor dem Film gekracht. Ach du Scheiße, hallo. Hey, nein, tu es nicht. Nein. Lass mein... Alter, willst du mich verarschen? Lass mein... Lass mein Sohn da liegen. Ich töte dich und dein ganzes Dorf werde ich ausrotten. Lass ihn da liegen. So. Der hat mein Sohn mitgenommen. So. What the fuck? Ich bin ja quasi tot. Hilfe. Oh, okay. Mir geht's besser. Oh, hell. Kann ich die Axt haben? Gib mir bitte die Axt. Ja. So. Ich fühle mich schon mal besser mit so einer Axt. Alles hier haben. Alles hier ergeben. Was ist das denn? Schrittzähl oder was? Wie öffne ich mein Inventar mit I? Ah ja, perfekt. So. Buß, Buß. Soda, Soda. Ja, die Axt. Feuerzeug. Also Medizin. Survival Guide. Der Pedometer. Alles klar. Okay. Wir haben einen Pedometer. Ja, das ist der Schrittzähler. Gut. Gut zu wissen. Ähm. Da können wir auch nochmal. Yum, yum, yum. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Oh, wir sind direkt am Wasser. Das ist prima. Das ist gut. Am Wasser will ich nämlich auch ganz viel essen. Alter, hier sind Möwen. Töte dich, bitte. Lol. Da denkt sich die Möwe einfach so, ja, ich fliege da jetzt mal mit rein. Hm. Gut. Ich habe auch irgendwie gehört, es gibt Rüstung oder so. Na, hier. Ja, genau. Super. Hä, warum? Warum machst du das? Lass es aus. Alter, lass das Feuerzeug aus. Nein, du solltest... Ach, bei L. Okay. Geh aus, bitte geh aus. L. Gut. Huiuiui. Das hat ja bestimmt auch nur einen begrenzten Benzinvorrat. Und ich habe keinen Bock drauf, wenn das nicht mehr funktioniert. So, Koffer können wir tatsächlich öffnen. Ich kann die Sachen da gerade noch nicht rausnehmen. So, jetzt geht's. So, wir haben ja den, äh, Generalschlüssel für die ganzen Koffer hier. Jetzt geh doch auf. Alter, ein Tennisball. What the fuck? Kann ich jetzt damit machen? Kann ich den werfen? Ja, es geht! Wie geil! Komm zu mir wieder. Ey. Tennisball ist weg. Was ist das? Medizin. Das war so eine Aloe Vera. Okay, ich muss... Ich habe keine Zeit für dich, Tennisballer. Vielleicht finde ich dich nochmal. Sonst, äh, trauer ich um dich. Wäre so schön gewesen, wenn wir einen Tennisballer hätten, ey. So, so viele Sachen in mir. Alter, da ist noch ein Tennisball. Ja gut, den nehmen wir mit. So. Oh, der ist ja schon auf. Ey, Tennisball, komm! So, und jetzt geht mir meine Axt bitte wieder. Ne, meine Axt. Äh, kann ich den... Warum kann ich den nicht mitnehmen? Helft mir. Wieso kann ich meinen Tennisball nicht mitnehmen? Ich brauche Steine. Steine werden mir helfen. Mehr kann ich nicht mitnehmen. Ach, ich will so einen Hasen mitnehmen. Komm, Hasenfleisch ist lecker. Ach, erwischst du ein mieses Stück. So, ich glaube, mehr kann ich auch gar nicht mitnehmen. Ich kann immer nur ein Fleisch. Da unten ist ja das Wasser. Ja, hier geht auf jeden Fall gut ab. Hier. Oh, guck mal, da hinten vielleicht. Was ist denn das? Nein! In dem Spiel gibt es Haie. Alter, die Mücken, ey. Okay, das wusste ich noch nicht. Ich wasche mich mal kurz. Was ist das denn? Keine Ahnung. So, jetzt bin ich auch gewaschen. Da ist mein Flugi. Mein Plain, Plain, Plain. Okay, in dem Spiel gibt es Haie. Ich denke, die Haie wollen uns töten, wenn wir zu weit ins Meer schwimmen. Alter, liegen hier viele Koffer. Ey, wir sind richtig gut dran, wenn wir uns hier... Und ich glaube, wir bauen uns hier ein Haus, oder? Ja, ich denke, das wäre praktisch. So an so einer Wand, ne? Hier kann man das doch gut machen. Hier haben wir auch... Ist das TNT? Flare. Okay. Okay, ich weiß, dass es im Spiel einen Flaregang gibt. Was ist das? Ach, ein Vogel. Das hat so geglitzert. So, äh, was ist das hier? Wo ist es? Ich will es sehen. Keine Ahnung. Ähm, so. Jetzt bauen wir. Was ist das? Geld. Was kann ich mit Geld machen? Can be used for crafting. Gut, dann werden wir jetzt hier unsere Bleibe bauen. Wir sind natürlich weit weg von jeglichem Holz. Das ist ein Problem. Aber es ist egal, wir bauen jetzt hier. Was ist das da oben? Ach, okay. Das ist ein Baum. Ein ganz normaler Baum. Gib doch her. Ja, dann werde ich mir jetzt hier erstmal ein Feuer und ein Zelt bauen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Zelt. Oh ja, falsch rumgedreht. Ich glaube, das kann man aber nicht andersrum drehen. So. Können wir schon mal Steine anbringen. Gut. Und jetzt noch ein Feuer. Hier. Davon kann ich noch nichts machen. Gut, dann würde ich sagen. Kümmern wir uns mal so um unser Holz. Hier haben es die Einwohner auf jeden Fall auch schwer hinzukommen. Das ist ganz gut. Hier liegen überall noch Sachen rum. Können wir uns ja auch noch später alles holen. Hier die ganzen Koffer. Was ist das? Ach so, auch den Koffer. Was ist das denn? Dann würde ich sagen, gönnen wir uns mal einen Baum. Ich finde so eine Gegend hier schön am Strand, finde ich gar nicht schlecht. Bis auf, dass wir das Holz immer so weit tragen müssen. Aber ich denke im Endeffekt, macht den Baum jetzt kaputt. Ich denke, damit sollten wir auf jeden Fall klarkommen. Ja, das ist aber ein dickes Stück, das wir da gerade gefällt haben. Kann das? Danke. Ich brauche auch noch Stöcker. Ich gucke noch mal nach, was ich gleich alles brauche. Ähm. Wie? Hilfe. Wo sind... Der war da eben noch nicht, oder? Alter. Dieser Regen. Er hat mich gerade leicht erschreckt. Achtholzstimme. Achtholzstimme und neun Dinger. Okay. Ich habe ein bisschen Angst vor dem... Vor den Ureinwohnern. Wäre echt schöner, wenn hier nicht auf einmal so einer rumliegt. Kann ich dir ein... Alter, ich kann ihn zerteilen. Ja, schön. Ja. Nicht schlecht auf jeden Fall. Erstmal Beine und so von dem mitnehmen. Warum auch nicht? Kann man ja hinter so einen Totenfeuer. Das sah gerade so aus, als wäre da oben eine Gestalt gewesen. Aber dieses Spiel macht mich jetzt schon ein wenig paranoid. Stöcker brauche ich. Aber diese Möwen regen mich auch ein bisschen auf, ne? Joa, Leute. Das wird was. Ich werde mich quasi nie erschrecken in diesem Spiel. Ich mache den Baum einfach kaputt jetzt. Warum machst du den auf der Seite kaputt? Ich habe die Seite angefällt. Oh, guck hier die krassen Arme von dem Mann die Adern, ey. Geh bitte kaputt, du scheiß Baum. Brauchen wir einen Stöcker. 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 Okay, das Holz rollt weit weg. Ich brauche Stöcker. Um mein scheiß Feuer und meinen scheiß Lagerplatz fertig zu machen. Hallo Arm. Hallo Flasche. Ich hoffe mal, die überleben es nicht, wenn die von da oben runterspringen. Das wäre echt. Naja, nicht praktisch. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal unser Feuer fertig mit den Stöcker. Stöcker, ey. Das sind doch normalerweise gar kein Problem. Das liegt da rum. Und Stein und so eine Flasche nochmal. Dieses Spiel, ey. Ich weiß nicht, ob es die beste Entscheidung war, ist zu Let's Play. Wir werden viel Spaß haben. Bestimmt. Ich verspreche auch, ich erschrecke mich nicht mehr so leicht. Ich glaube, wir brauchen auch Blätter. Okay, die hole ich dann gleich. Jetzt bringe ich diese Fuhre hier weg. Hallo Vogel. Jetzt haben wir wieder zwei Holzstämme. Ja genau, wir brauchen sieben Blätter. Okay. Ich muss mein Feuer fertig machen, weil ich was essen muss. Und mein Stand, weil ich speichern will. Mein Unterstand. Und weil ich... Keinen Bock drauf habe, dass ich eine Nacht so erleben muss. So, Holzstämme haben wir immer noch nicht genug. Brauchen wir noch zwei. Aber erst möchte ich jetzt gerne Stöcker und Blätter, damit wir das Feuer machen können. Und ich mir... ...einen leckeren Hasen beraten kann. Ich hoffe mal, das Rauschen ist das Meer. So, da vibriert mein Handy auch. Schön. Auf diese Nachricht kann ich jetzt leider nicht antworten. Vielleicht war es meine Freundin. Ich weiß es nicht. Ich muss es verstehen, bitte. Hallo, warum kriege ich keine Blätter? Ich habe doch so einen... ...Busch zerstört. Ich... Ich möchte doch nur Blätter. Ach, ich kriege Blätter. Okay. So, jetzt haben wir Blätter. Jetzt haben wir genug Sticks. Okay, jetzt brauchen wir nur noch zwei Holzstämme. Dann können wir uns das alles bauen. Einen haben wir. Komm, lass hier bitte irgendwo noch einen Holzstamm rumliegen. Naja, okay. Dann müssen wir eben noch einen Baum fällen. Leute, das ist das erste Mal, wenn ich nicht lange überlebe. Bitte flam mich nicht zu. Ich weiß gar nicht, wo... Am Ende sieht man, glaube ich, wenn man stirbt, wie lange man überlebt hat. Mein Ziel ist es, fünf Tage zu überleben erst mal. Ich habe keine Energie mehr. Was soll ich machen, Leute? Ich gehe jetzt erst was essen. Ich weiß auch nicht, wo der andere Baumstamm wieder hin ist, aber wir holen uns dann ja gleich zwei. Dann passt das. Gott, Leute, ich will einfach so ein scheiß Feuer haben. Und dann sieht das schon mal ganz anders aus. Bear Grylls schlägt sich natürlich durch die Wildnis. Immer am Wasser, klar. Weil wo sonst sollte die Zivilisation sein? Feuerchen, komm her. Komm, super. Danke. Kann ich hier noch was bauen? Okay, gut. Geh an. So, jetzt... Uiuiuiuiui. Ein leckerer Hase. Das sollte mir meinen Magen gut tun und meine Energie... Oh, Leute, es ist gewittert, es ist gewittert. Ich brauche noch zwei Holzstämme. Dann kann ich speichern und dieses Ding... Dann muss ich keine Nacht erleben. Und es wird langsam... Werd, fertig. Ja, danke. Und jetzt... ...muss ich meine Energie regenerieren. Und ich muss schnell zwei Baumstämme irgendwoher auftreiben. Gott, Alter. Bitte nicht die Nacht erleben. Boah, diesen Baum, den werde ich. Ist das der? Ich weiß es nicht. Ich will gerne den Baum mit dem komischen Essen da oben fällen. Das ist der. Okay. Kann ich den fällen? Nein, kann ich nicht. Gib mir zwei Baumstämme, du Fixbaum. Okay, er geht um. So. Oha, das sind komische Baumstämme. Die sehen so anders. Jetzt schnell zurück nach Hause, Leute. Come on, come on. Ach, ich hätte eben auch so einen Sodadrink trinken können da, ne? Ja, Leute, ich kenne mich mit dem Spiel noch nicht aus. Ich werde das alles lernen. Jetzt schlafen wir erstmal. Dann machen wir morgen entspannt die Koffer auf. Bauen uns dann langsam da so eine schöne Mauer. Ich weiß noch nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich werde die Folge nämlich immer in 20 Minuten Parts teilen, schneiden. Und ja. Erstmal pennen gehen. Oh Gott, das ist ja. Gut, ich kann nochmal pennen. Ich habe hier unschöne Geräusche. Da hinten läuft auch jemand. Und jetzt gehts wieder, ich finde die Koffer. Jetzt geht es ja wirklich國ium. Und dann, wie fahren wir noch. Jetzt gehts醫